Und der zunehmend starken Plakatwende und Nikolauswerte soll jetzt hier in der Fußgängerzone in der Nichtraucherzone eingerichtet werden. Halten Sie das für eine gute Entscheidung? Nee, halte ich nicht. Warum nicht? Weil er nicht gut ist. Sind Sie Raucher? Auch. Ja, aber ich meine, wenn das doch zum Wohl der Allgemeinheit ist? Warum sollen dann die Raucher darunter leiden wieder? Ja, ich meine, die können ja dann auch da rauchen, wo es dann erlaubt ist. Ja, da können ja auch dann die Nichtraucher hingehen. Ja, aber ich meine... Sag mal, wo die Raucher nicht rauchen, dann können die Nichtraucher dann hingehen. Moment, jetzt nochmal. Wo die Raucher nicht rauchen, dann können die Nichtraucher nicht hingehen oder nicht die Raucher... Nee, wo die Raucher nicht rauchen wollen, dann brauchen die Nichtraucher ja nicht hinzugehen. Warum sollen die Fußgängerzone, dass man dann nicht mehr rauchen kann? Ja, also Sie meinen, wo die Nichtraucher nicht rauchen, können sie nicht hingehen, wenn sie rauchen oder Nichtraucher? Nee, da können sie hingehen, wenn sie rauchen wollen, wenn sie nicht rauchen wollen, wo die Raucher nicht sind. Also jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt, aber... Ich sage, Sie sagen, hier soll es Rauchverbot geben, ne? Und dann habe ich gesagt, das finde ich Quatsch. Dann haben Sie gesagt, ja warum? Dann habe ich Sie gefragt, warum sollen die Nichtraucher dann hier nicht rauchen, dann können die Nichtraucher ja dann dahin gehen, wo nicht geraucht wird. Also, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. So ungefähr. Okay, vielen Dank. Tschüss.